Freunde, staunt nicht schlecht. Ich staune selber. Wir sind hier, jetzt gibt es hier was rasch, quick und dirty, Freunde. Hier, pass auf, hier fängt es schon an. Wir sind hier, das ist überhaupt, das ist kaum zu glauben, Freunde. Hier ist noch eine Garage, hast du nicht gesehen. Freunde, hier ist alles seit Ewigkeiten leer. Guckt euch das an. Aber jetzt, Freunde, es geht weiter, pass auf. Guck mal hier, hier, ich meine da, da steht noch ein leeres Häuschen. Da steht der schwarze Mann, Freunde. Nein, aber mal im Ernst, guck mal hier, da, noch eins. Wir kommen in die Häuser nicht rein, die sind zu, aber das ist egal, das macht ja nichts. Aber mal im Ernst, guck mal hier, es geht hier weiter. Guck mal hier, da sind die kleinen Gänse. Hier ist schon seit Ewigkeiten die Zeitung drin. Hier wohnt keiner mehr. Da, guck mal hier, da. Eine alte Schallplatte. Und guck mal hier, was für schöne kleine Häusches hier. Hier, da. Ist doch krass, Freunde. Ein richtig kleines, ja, nicht Dörfchen, aber ein kleines, kleines, kleine, kleine Gespensterstadt. Nein, Gespensterdorf. Wir sind ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun Häuser. Auch hier, guck mal hier. Was ist, hier hat auch mal der Hund gewohnt, aber hier wohnt auch keiner mehr. Ist sie da? Ist sie da? Ich glaub, hier hat vielleicht mal so ein Obdachloser gewohnt oder so. Hier wohnt keiner mehr. Alles. Mal gucken, von wann die Zeitung ließ. Woher geht man da denn hin? Freunde, die Zeitung ist um 25. April 21. Freunde, wie viel haben wir heute? Den 1.5. Na, 1. Mai, du Vogel. Da war doch mal eine klare Ansage. Jetzt, jetzt, guck mal hier, Freunde. Da. 25. hast du nicht gesehen. Ja, aber. Aber schon krass, ne? Die haben sie am Anfang nur so hingeschmissen, die Zeitung. Da, alles. Hier auch, guck mal hier, das ist auch schon schon. Auch hier war so ein, wie klein die Häuskes hier waren. Die kommst du gar nicht rein. Hier war mal so ein Kriechloch da. Auch hier alles verbrettert, zugenagelt. Oh, ne, hier auch. Guck mal hier. Ich glaube ja auch, dass die hier alles fertig machen zum Abreißen. Hier geht das. Hier trompeln. Ach, guck mal, wie, wie. Auf dem, auf dem Häusken da oben noch ein Häusken oben drauf. Da ist auch, auch noch so eine Garage oder so. Haben sie extra da vorgelegt, dass man nicht da reinkommt. Da war aber Fenster da hinten, da siehst du, ne? Das ist auch zugemacht worden. Ja, Freunde. Ganz schnell auf rasch gibt es hier so ein tolles Video für euch. Das knallte ich jetzt einfach zwischendurch ab in den... Oh, guck mal hier. Ja, woher bin ich denn da? Ei, 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 ei. Ja. Da, so eine Dönse da. Ach du, oje, oje. Da schalten wir direkt mal um. Da fürge ich mich aber. Auch hier, ich finde die Häus... Siehst du, da hinten noch so ein kleines Häusken da mittendrin. Dahinter, da. Da siehst du, da ist er noch da. Da sieht man schlecht. Dahinter hat noch so ein Häusken gebaut. Ja, Freunde. Mega. Mega. So was findet man so kurz, so zwischendurch, so zwischen Tür und Angel. Freunde, das heißt für euch gibt es jetzt hier... Warte, ich muss hier schalten. Schalten und walten. Ah, ne, siehst du, hier bin ich am Schalten. Ich kenn mich damit noch nicht so aus mit der Technik. Aber geil, ne. Na, Vorsicht spielen. Eine Kinder steht da oben, hatte. Da, alles zugewachsen. Freunde, das ist eine geile Sache. Für euch ganz schnell zwischendurch mal eben so ein kleines Video von der kleinen Geisterstadt hier. Das Geisterdörfchen. Freunde, in diesem Sinne, lasst ein Abo da, like das Video und gebt den Daumen, macht die Glocken klar. Wir sehen uns, Freunde. Haut rein!